Was dreht ihr denn hier überhaupt? Wir drehen hier auf Cobra 11. Wir werden jetzt gleich das Gebäude in die Luft schreien. Und es wird gefährlich und toll auch. Und das ist Bruce Willis. Bruce Willis bei uns im Studio. Warum? Den hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Wie kommst du da? Weil ich den so eben nicht singe? Ja, er meinte, du bist Bruce Willis. Aber Bruce Willis hat ja auch eine Glatze. Dafür vielleicht der Wut. Nein, Bruce Willis sieht mir schon ähnlich. Nur ist der viel dünner als ich. Dafür bist du mehr so hoch. Das ist mein Kühlschrank voll. Aber jetzt ganz kurz mal. Was könnte man jetzt noch machen? Was ist noch wichtig? Ich habe einen Laden.